...Piloten und Pilotinnen, die das selben eigentlich sehr vorhanden haben, wie in diesem Jahr. Und das freut uns natürlich, dass diese Präsenz des Sportes so viel eine sehr aktive Befugel hat. Ciao an meiner Liste. Sollten wir hier fast 20 Piloten, der nicht qualifiziert jetzt dann... So, willkommen, guys, now to the first race from today, from the race day here in Hähnchen. It's the NQ race. We call it B-Final. It's the race from all the riders who are not qualified. And the qualifying training. And the main event with the first 30 riders later on Facebook here. So, an alle deutschen Fans, herzlich willkommen jetzt hier zum ersten Rennen. Das sogenannte NQ-Rennen, nicht qualifizierte, also für die anderen, die sich leider nicht für die Top 30 qualifizieren konnten. Die sind jetzt gerade hier in der Einführungsrunde des Sighting Lab. Ähm, ja. Das erste Rennen des Tages hier bei der Deutschen Meisterschaft. Viele Rookies dabei. Bis jetzt gab es keine Unfälle. Es sind alle heile geblieben. Aber ich kann euch eins sagen, das ist mal jetzt für Quaddemix Live echt ein harter Job. Ich feiere es, so viele Fahrer, aber viel, viel zu tun. Ich bin viel am Rumrennen. Wahnsinn. Aber es macht Spaß. Positiver Stress. Ja, wir sind in der Besitzungsrunde unterwegs und dann kommen die Piloten zurück aus dem Vorstart. Oder gehen nochmal in den Vorstartbereich und dann gehen sie in die Startaufstellung. So, guys, this is the Sighting Lab. Then we wait for the start. Hier, at the start gate. Und ja, for the main event, we have the best time. Miro Cappuccio. Then after Miro Manfred Zinniger. The German champ. Then we have Jeremy Vanya here. Complete. We have seven countries here. One guy from Lithuania. It's amazing. We have Poland, we have Czech Republic, France, Belgium, Netherlands. It's awesome. Ja, die Deutschen auch. Ich versuche immer mal Deutsch, Englisch ein bisschen, weil wir jetzt so viele internationale Fahrer auch hier haben. Also es ist, wir haben sieben Nationen hier. Sieben Nationen. Ja, das gucke ich gerade mal. Irgendwas ist da gerade unklar da unten, wo sie raus müssen. So, jetzt schauen wir mal, wie die Prozedur abläuft. Na, da müssen sie raus. Auf jeden Fall, wir haben Frankreich dabei mit Jeremy Vanya. Wir haben sogar einen Pfarrer aus Litauen. Wir haben Polen da, die letztes Jahr auch schon immer da waren. Wir haben die Tschechen da. Stenik, Pauler, Jack, Vaglav Grennig. Wir haben, ähm, oh, lass mich überlegen. Kusmierczak ist auch wieder da. Wie gesagt, Belkin ist da. Holland ist da. Also es ist wirklich fantastisch. Thomas Polinski, die 34. Stefan Hentschen, die 69. Paulinde, die 126, mit der 95. Clemens Krebser, Daniel Fischer mit der 92. Marlon Pfeiffer, die 801, 47. Dann Max Lose und Christian Feu, die 31. Das sind diejenigen, die hier jetzt berechtigt sind, ans Startgatter in dieser Reihenfolge zu fangen. Oh, da haben wir noch einen Nachzügler. Der hat garantiert unterwegs noch mal eine Zigarette geraucht, hätte ich bald gesagt. Aber natürlich machen Sportler sowas nicht. Ich bin nicht ganz so sicher. Aber das ist Spaß, muss ja auch sein. So, die Teilnehmer wollen jetzt in der Reihenfolge Richtung Startgatter. So, die Teilnehmer wollen jetzt in der Reihenfolge Richtung Startgatter. So, für all die Leute, die jetzt schauen, willkommen zurück zu Quadermix Live. So, das ist jetzt die erste Runde der German Championship hier in Hähnchen. Das ist jetzt die nicht Qualified-Race für alle Riders, die sind nicht Qualified für die Top 30 Riders, für die Main Event. Und wir haben 18 Riders hier, für die NQ-Race. Es ist eine Premiere in der Geschichte der German Championship in den letzten Jahren. Wir haben so viele Riders hier. So, die haben die Zeit geändert. So, ja, wir können, also, komplett, wir haben die Platz für 60 Riders. Und die Option für diese Riders hier, ja, die sind nicht Qualified. So, liebe Freunde, alle Plätze gesetzt, auch in diesem Lauf, der nicht qualifiziert, denn also ab Platz Nr. 30 dann in der Endplatz. Ja, nochmal an alle Deutschen Herzen willkommen jetzt hier zurück bei Quadermix Live zum ersten Rennnetz des heutigen Tages hier in Hähnchen. Das sind jetzt 18 Fahrer, die sich nicht qualifiziert haben. Mit dabei leider auch Niko Zerbs, Stefan Henschel hat sich leider nicht qualifiziert. Dann unsere Rookies, Finn und Lili Becker sind mit dabei. So, Green Flag. Und die 15-Sekunden-Tafel ist da. 50 seconds to go. So, wir haben 15 Sekunden oben. Five seconds. Lili, wuh! Saugeil, Mädchen. Geil, gib Gas! So, der Kollege muss hier den Feld hinterher. Schauen wir bei den Eureitischen. Kommt die Hechtskurve den Weinberg hinauf. Alles gut gegangen, bis dahin. Saugeil, die Lili Becker. Mach sie da vorne weg. Geil. So, und jetzt sind sie dort im hinteren Teil des Weinbergs unterwegs. Und, wie gesagt, die hier Radgeschosse, die da auch jenseits von 60, 70 PS in der Regel unterwegs sind. Geballte Kraft also hier, die sich auch in dieser Kategorie immer entfaltet. Und die es zur Dirigierung gibt. So, in Front, I think, ja. Niko Zerbs, Ben Röse. Niko vorne weg, Ben Röse dahinter. Dann Rainer. Oh Gott, wer ist denn da dahinter? Seh ich leider nicht. Maler und Feiber sind noch Stepan Henschen. Dann Lili Becker. Saugeil. Ich feier das Mädel. Saugeil. Sani Fischer. Ne, da ist Marlon Pfeiffer. Sind sie im hinteren Bereich. Jetzt hier vorne weg, Niko Zerbs. Niko Zerbs on first position, Ben Röse. Wir wollen, wir wollen alle in der Karte. Da haben wir ein kleines Käschen nicht drauf. Da haben wir alles zusammen. Ich würde sagen, es sollte noch weiter, als die Röse unterwegs ist. So, wir kurschucken mal. Wer jetzt gleich hier vorne beim Zielsprung. Oh, Niko vorne weg, knapp, knapp, knapp. Jawohl, 86 vor 8. So. Dann haben wir von einer Marek, die 11. Lili Becker. Und die Lili Becker, 182 auf 5. Ne, der steht auf die Linke. Die Lili Becker auf 6. Stefan Henschen, die 9. Rechte Kammer. Sieht da noch. Lili Becker, 188 auf 8. Und Röse, die 95 auf 9 bei uns hier. So. Ich stehe jetzt mal mit euch dort rüber und wir gucken mal. Ist die Willi ein Mädchen? Ja. Ist ein Mädchen. Ist ein Mädchen. Ich war mir nicht sicher. Mega. Ich habe mich staunt. Miro Capuccio und Manfred Zeneger sind ja einmal, Manni ist ja Deutscher Meister. Ja, ich weiß. Und die waren ja auch beide Mitglieder vom Team Deutschland letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft. Ja. Ich habe auch noch die Europameisterschaft draußen. Ja, aber Miro war noch. War Sechster, glaube ich. Genau. Sechster, ja. Der Pole war noch. Niko Zerbst war auch mit dabei ja für Team Deutschland. Ja. Das waren ja unsere drei Fahrer letztes Jahr. Ja. Wie ist das dann ausgegangen? Das brauchst du dir wenigstens. Gut. Das brauchst du dir wenigstens. Das stimmt immer schlecht. So, wir sehen uns später. Danke. 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 Das geht. Die zweite Millionquelle, die 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 героin retrouve. Ja. Die zweite Säge haben sich. Ich kann gerade nochIVE als die physician. Sie waren aber nicht. Die Dame hier. Sich anzuschauen die seit einiger Zeit. Musik So, Ben Röse auf 1, Dick und Zergs auf 2, komm, 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 mit weitem Abstand. Und jetzt zu Rainer Marek, ehemals Votschka, dann die Nummer 71, dann die 182, dann Stefan Insel, komm, ihr lieb, ab! So, kann ich schnell rüber ran, ja, dann war der, der dann war. Ja, der Hinweis an alle, wenn die junge Dame mit der blauen Weste, und der Kamera kommt, jawohl, ein bisschen Rücksicht nehmen, ja, auch ein bisschen Zielraum, denn sie präsentiert die Bilder des heutigen Rennladens. Und dann sind wir in Kabel, in Kabel, in Kabel. Ja, wie gesagt, wir haben hier das Feld der Piloten, die dahinter wird und ab Platz 31 dann gewertet werden. So, Ben Röse mit einem etwas größeren Abstand, weil wir jetzt die Überrundung angefangen haben. Ben Röse auf 1, Nico Zergs ist jetzt auf 3 gelandet. So, hier kommt auch noch ein Rookie-Premiere, Marlon Pfeiffer vom MSC Aufenau. Auch hier dabei, wird aber dann auch jeden Moment, müsste Ben Röse hier kommen. Hauptsache kommt ins Ziel, Hauptsache kommt ins Ziel. So, wo bleiben sie denn? Da, Ben Röse, 1st Station. Niko Zergs ist nun auf Rang 2, auf Platz 3. Das wirst du an der Überrundung sein. Und dann ist, Rainer macht Attacke, dann hier, die 182. Das ist die Linke, Stefan Henschel. Und hier die Lili Becker, als einzigstes Mädel hier in der Gruppe. So, ich gehe jetzt mit euch nochmal da vorne auf die Startgrade. So, Ben Röse auf 1. Da, Nico Zergs jetzt hier. Komm, 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 komm. Er beißt, er beißt, Sand ist nicht seins. Also wir runnen wir dann jetzt hier. Die Nummer 11. Gefeuert von der 182. Dann hier, Justin Linke. 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 Die Lili, saugeil. Saugeil. Ich zeige dir jetzt gerade nochmal die Results. Also auf 1. Ben Röse, Nico Zerbs. Unwahrhaftig. Die Lili Becker auf 8. Mega. Mega, mega. Ihr habt gesehen, die Nummer 161. Alexander Bergmann, WSK, aber mit 2-Tag-Motor drin. Da ist wieder spektakulär zu sehen. Dann vor allem die Passagen in den Kurvenwänden. Quatsch, dann durch diese Sandkurven brichtend. Ja, für die nicht in Zeit, dann nochmal bloß zur Information. Das kommt natürlich hinten mit einer starren Achse. Also beide Räder werden. Gleich hätte ich die Schwierigkeit angegeben. Kein Differenzial dazu. Aber das macht auch die Faszination mitunter dieses Borbeteil. Aber das macht auch die Faszination mitunter dieses Borbeteil. So, wo bleiben sie? Hier kommt er. Jetzt schon größerer Abstand. Und hier kommt der Nico Zerbs auf zweiter Position. Komm, Junge. Halt durch. Schöpfchen. Saugeil, das Schwierchen. Ich feier es einfach. Mega, mega, mega. so die fahren nur 15 minuten plus zwei runden for the nq race just 15 minutes plus two rounds so first rider ben röse dann hier on the second nick und serbs so 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 So, wo bleiben Stefan Hentsche, Lilli Becker im Battle? Die Dame jetzt hier im Vordergefahr in diesem nicht qualifizierten Rennen, saugeil! Mega! Spannend wird es nachher dann auch, hier nochmal Nico Zerbst, nachher dann in den Haupt-Events in den Haupt-Rennen, Werdungslauf 1 und 2 mit unserem amtierenden Deutschen Meister, Manfred Senegar, Vizemeister Miro Capuccio, dann Jeremy Vanya ist da, wie gesagt die Polen sind da, die Tschechien sind da, Litauen ist da, Belgien, Joris Kerstentorvonhof, also Holland ist da, also es ist einiges hier vertreten, was Rang und Hama, wow, 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 jetzt geht es aber los hier, der macht jetzt mal, der mit der KDM mit der 182 ist vorbei an, Rainer Marek, aber Rainer ist wieder in der Kufen inne, wieder oben, wieder rein, Wahnsinn, Wahnsinn, was geben die sich ein Battle da vorne, genau so jetzt hier Stefan Hentsche, Lilli Becker, Lilli halt durch, noch zwei Runden, im Gesamt, wir haben ja noch die Sina Willmann, die hat sie aber für die Haupt-Rennen qualifiziert, Lilli ist die zweite Dame hier heute in diesem Starterfeld, Lilli Becker gehört auch zu den ganz vielen Jüngeren jetzt hier in der Deutschen Meisterschaft, wir freuen uns mega, dass sich einige getraut haben, Ben Röse, klar vorneweg, großer Abstand zu Nico, Sand liegt ihm einfach nicht, das hat er von Auge gesagt, das ist nicht sein Tag, er sagt, ihm fehlt auch Training, er kämpft sich jetzt durch, die haben jetzt gleich die letzte Runde, die sie noch fahren müssen, aber wir sind jetzt mal gespannt jetzt hier auf den Rainer und der, äh, heißt der Grätzer, ich setze mich nicht böse, aber die Namen kenne ich noch nicht alle, bei 51 Fahrern, die jetzt heute hier da sind, ist halt eine Nummer, aber auf jeden Fall Rainer Marek mit der Elf und die 182, die KDM dahinter, wir schauen mal, aber Rainer ist wieder vorne weg, ne, Weißer steht drauf, dahinter müsste der Justin Linke sein, jetzt hier steppern, Ente, komm Lilly, so, letzte Runde jetzt, für Ben Röse, er war leider etwas enttäuscht, er hätte sich gern qualifiziert, hier, Nico zerft jetzt auch ab in die letzte Runde, last round, aber er sagt auch, es ist nicht ohne die Strecke hier und natürlich sind viele, viele starke Fahrer da, sind auch viele Fahrer da, die Hähnchen einfach kennen, die den, ja, Streckenverlauf kennen, die wissen, dass die Strecke sich im Laufe des Tages übelst ausfährt, ihr seht es hier, die Rillen kommen rein, das wird nachher noch schlimmer, auch die 182, so, Bayer, Potschka, äh, Rainer, Marek, ich sag immer noch Potschka, aber jetzt auf, eine Runde hast du noch, hier, Stefan Henschel, Lilly Becker, auf jeden Fall, die Strecke fährt sich noch übelst aus, gerade im hinteren Bereich, hat man wie Eisenbahnschienen, und ihr seht es auch, die Gespannfahrer, Deutsche Meisterschaft Gespann, steht schon in den Startlöchern, auch die Gespanne geben natürlich ein paar Rillen, mehr noch, und hier, Ben Röse, wenn er jetzt durchkommt, gewinnt den Lauf der Nichtqualifizierten, die Möglichkeit gibt es jetzt, ist neu, für alle, die sich nicht qualifiziert haben, gibt es trotzdem die Möglichkeit, für die Anreise ein Rennen zu fahren, 15 Minuten plus 2 Runden, die anderen fahren nachher, 25 Minuten plus 2 Runden, für das Main Event, 25 Minuten plus 2 Runden, hier, 15 Minuten plus 2 Runden, für das NQ-Race, nicht qualifiziert Rennen. So, ich zeig euch jetzt. Potschka, äh, Potschka, äh, Potschka, ich sage immer noch Potschka, das tut mir leid. Rainer, er kämpft immer noch. So, gleich, hier kommt der, hier kommt der, der Sieger jetzt vom NQ-Race, Ben Röse. Saugeil, congratulations. Jetzt freut er sich, glaube ich, doch, er war sehr enttäuscht, dass er sich nicht qualifiziert hatte, aber jetzt hat er nicht die Klassikberg. Und Nicos Herz auf Rang 2, unser Fahrer von Team Deutschland letztes Jahr, aber er ist kein Sandfahrer, er sagt, es liegt ihm nicht, er ist nicht ganz happy heute, er sagt, er ist noch nicht fit, aber trotzdem gute Leistung, es ist ins Ziel gekommen, von daher, bis jetzt auch toi toi toi, keine Unfälle, alles heile geblieben bei 51 Fahrern. So, wer sichert sich jetzt Rang 3? Und jetzt hier, Stefan Helm, der Klassikberg, 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 der Klass Angel mit seiner KDM So hat man da auf Lili Becker Sau geiles Mädchen Durchgehalten, mega Mega, mega Gutes Battle hier Sau geiles Aber Hier haben wir Finn Becker, der Bruder von der Lili Becker Und hier haben wir den Sieger vom NQ-Race Glückwunsch, du kriegst doch nachher noch bei der Siegerhäre, musst du hinkommen, gell? Ben Röse hier Und der zweitplatzierte Niko Zerbst Jetzt ist der linke aufgeschafft ins Ziel gekommen Ja ihr Lieben, ihr werdet noch gekämpft bis zum Schluss Ja, ich bedanke mich, ich muss jetzt ganz dringend ganz schnell Handy laden Weil ich brauche Akku, wir sehen uns nachher um 13.10 Uhr Hier haben wir das Mädchen, hier ist Lili Becker, saugeil! Mega, mega, mega Daniel Fischer kommt auch, dass sie hier, Marlon Pfeiffer Okay, ich zeig's euch doch nochmal kurz Da haben wir noch, Stefan Henschel, gut gefeitet Guck mal, 34 So ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen Ich könnte mich zwar gerade echt mal hinlegen, weil ich hundsmüde bin Aber, es ist Renntag, es geht weiter Ich freu mich auf später, auf das Hauptrennen Es wird spannend, hier haben wir noch Zweitag, saugeil Ich bin hundemüde Aber wir sehen uns später, bis später, see you later